Der Gas hat viele Möglichkeiten hier, die sehr erfreulich sind. Wir haben ein kleines Ausbecken mit einer Temperatur von 35 Grad, worin sich befinden. Massageliegen, Massagestühle, Wasserfall und ein kleines Wölf von innen drin. Das große Ausbecken ist sehr interessant auch, weil wir haben da einen Strömungskanal eingebaut, der die Gäste dazu klein und groß sehr begeistert hin und her zu schwimmen. Auch haben hier kleine Wirrpuls dieser Hin und Herzen mit einer Temperatur von 38 Grad, das auch sehr interessant ist. Ein Temperatursturz von 32 Grad auf 38 Grad ist sehr interessant für die Gäste. Wir sind im Stadtkern hier von Baden-Baden, in dieser schöne Wiese hier, wo man sich auch verholen kann. 3 4 50 Viewer Viewer